Ah, Niano Hallöchen, ich habe eine kleine Pause gemacht zum wieder konzentrieren und mir noch mal zu überlegen, warum ich nicht speichere. Aber naja, das habe ich das letzte Mal schon gemacht. Genau in dem Moment läuft sie immer weg. Na also... Die ganzen Skipper-Reste brauche ich ja eigentlich gar nicht. Das sind hier eigentlich nur... Das Gold, was die dabei haben. Ansonsten ist das hier alles nicht interessant. Na, dieser Fehler, dass ich nicht speichere. Ich gehe jedes Mal wieder hier hoch. Jedes Mal wieder. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier müsste mehr sein, aber... Naja, gut. Was war das? Schlange, Schlange, Wahl, ne? Selbst dieser Gifthagel dürfte eigentlich für den nicht so tödlich sein. Ich meine, für mich ist es auch nicht tödlich. So, das Buch noch. Das könnte ich eigentlich... Wenn ich vorher gucke, ob ich noch... Ich meine, hier fehlt auch noch, oder? Ich meine, hier fehlt auch noch, oder? Ähm... Okay, ich nehme mal an, jetzt nicht mehr. Das hat sich angehört, als wurde da jemand geblitzt, Dings. Kleine... Dings. Man in Black, ähm... Anspielen. Na? Na? Es darf mich nicht fliegen! Hilfe! Es darf mich nicht fliegen! Hilfe! Haltet es von mir fern! Ey! Ey! Ah, der geht. Helft mir! Hilfe! Halt mich runter! Halt mich! So, wollen wir doch mal sehen. Hinten... Tja, so lässt sich das auch ganz schnell erledigen. einfach von der Kollegin ein bisschen blitzen lassen. Oh, 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 oh. Oh, ich erinnere. Ah, verflucht. Ich hab nichts, genau deswegen. Hatte ich die? Nee, das hatte ich noch nicht. Veränderung, nein. Da, sie im Falle wird beschworen. Das hab ich natürlich nicht, äh, jetzt hab ich es zu den Favoriten hinzugefügt. Das könnte ich mal schnell speichern. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Schick. Irgendwann lernt man auch die Moves. Frost. Mag ich ja schon. Ich wusste es. Das ist nicht viel. War hier nicht noch einer, der hier dann immer seelenhoch geschlafen hatte? Hier drüben nicht da. Ich meine hier wäre noch einer. Na gut, who cares. Dann marschieren wir einfach zum nächsten. Ein bisschen stärkerer. Da, objekte wachen. Gut, dass ich zwischendurch gespeichert habe. Und zwar nicht direkt davor, aber immer noch näher dran. Das war schnell. Okay. So, warten wir mal kurz auf meinen Mana. Dann sind wir hier schon mal nicht schlecht. Ja, so verbessert man seine Einheitlichkeit. Einfach mal Dorfkloppen überäumelt. Wäre mit einem Schwert vielleicht effektiver, was das angeht, aber... Einfach mal. beschwörung verbessern der lädt sich voll auf das ist eigentlich eine recht schwache Silberbar na gut der braucht eben ein bisschen Kraft zum Aufladen vielleicht wenn ich den ein bisschen hin halte na dafür ist mein Maler nicht schnell genug oder ich laufe lange genug im Kreis auch eine Möglichkeit oder er läuft über die Falle oder er läuft nicht über die Falle noch nicht jetzt na na da ist er sogar schon wieder voll aufgeladen gut dass man den Stab nicht so häufig braucht ja ne na 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 ne 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 Manchmal ist es wirklich, äh... Hm. Ja. Nervig. Den man dann die ganze Zeit aufladen muss. Aber hey, immerhin meine Beschwörungen, äh... werden dadurch besser. Hab ich eigentlich A... ne, Magie. Verzauberung hab ich nicht, das sind dann tatsächlich nur meine... Guterfeuer, Altenacht. Dann können wir dann... Ja, Hilfe noch gebrauchen. Hm. So, sieht man hier raus? Oh, ich hab keine Mana mehr. Hm. Das war irgendwie doof. Ohne Mana sich heilen, ist echt doof. Na ja. Könnt man auch hingehen. So, dann jetzt noch einmal schnell speichern. Jetzt kommt ja die Ecke. Hm, ja. Ich bin unbedingt die Ecke, wo ich dann... Ah. Wow. What the heck? Da hab ich den verpasst. Okay. Obvious, das war's. Bisschen schneller als erwartet. Hm. soweit war ich schon hier drin war ein trollschädel interessiert mich aber nicht so viel ein plateau das interessiert mich auch nicht so viel ein troll der stimmt der war da unten interessiert mich schon ein bisschen mehr dass die kerle nur wirkliche schwäche gegen feuer haben und das war mal ein troll irgendwann gewesen hatte der mich nicht erwischt hat als ich so weit gekommen war weil ich die ganze zeit weggerannt bin oder ihm nicht weggerannt aber immer aus dem weg gegangen mal sehen was da oben in der höhle ist oder der kammer keine ahnung ob es hier jetzt weiter geht oder ob der troll einfach oder ob es unten beim toll dann weitergeht ein echt bisschen ich bin mir echt nicht sicher ob beim troll ich meine ja das wird nur hier sagen kein glas streit axt beidhändige waffe überhaupt kein talent für das ist aber auch nicht schlimm gut man kann es immer noch verkaufen von daher ist alles gut okay ein gegner schießt ganz klar besser auf 82 schön nicht mehr wachen ich hätte mehr erwartet eine falle sehe ich nicht ah jetzt kommen wir ins allerheiligste wenn man so schnell spricht oder versucht sich ranzuhalten besprechen dann verdreht man manchmal die wörter so ein bisschen und nicht sehr hilfreich wenn es so längere oder komisch zu formulierende wörter sind und machen wir es mal aus und da kommt schon der erste mal nie wie geht es dir heute fühlst du das leichte brennen ok ah er kommt zum gucken und er ist tot alles klar alles klar kommt schon nichts mehr da der sarg ist noch zu machen wir mal machen wir mal machen wir mal macht sich ja einen bogen aber keine pfeile vielleicht überraschen wir damit jemanden wer weiß wir könnten auch darüber springen